1-0. Da kann ich nie mithalten. Bist du morgens überhaupt manchmal bestätigt? Klar. Aber wir arbeiten dran. Ich habe schon hier und da ein Pferd für mich fertiggemacht. Das war nicht schlecht. Es läuft nicht so richtig gut für mich. Die Fragen sind ein bisschen fies. Er kann gar nicht einflechten. Was? Klar. Ich habe gar keinen Sänger. Ja, du musst ja kein Sänger sein, um guten Geschweiz zu haben. Ich kenne gar keinen. Ich sage Alexa, mach Musik, dann kommt was. Besonders lustig wird, wenn er sagt, Alexa, spiel romantische Musik. Weil dann wird es ganz interessant. Weil es ist meistens nicht ganz so das, was ich jetzt unter romantisch ... Gehört man nicht auf mich? Nee. Ich glaube, ich. Ja, ich glaube. Ich kann es auch nicht sagen. Ich glaube, mit Diva sind wir nicht. Ja. Aber wenn einer von uns die größere Diva ist, dann glaube ich in jedem Fall ich. Weil mit Diva bist du gar nicht. Das ist ja keine Party, seitdem wir uns kennen. Trotzdem bin ich ganz, ganz sicher, dass diese Seite ... Alles verraten wir jetzt nicht. Alles verraten wir jetzt nicht. Alles verraten wir jetzt nicht. ARD Text im Auftrag von Funk Copyright Untertitel. BR 2018 Copyright Untertitel. BR 2018